Musik Bei diesem sehr schönen Wetter heute feiern wir den Abriss der letzten Mauer, die jener wohnen in diesem Quartier abreißt. Das Heißhaus weicht unserem neuen Firmenparkplatz und gehört zu dem Konzept dieses inneren Quartiers, das auch weiterhin dann von der Stadt noch umgebaut werden soll. Musik Ich wurde gefragt, ob ich das machen möchte und habe erst mal Nein gesagt, weil ich gedacht habe, oh um Gottes Willen, Bagger, Groß, Abriss, hm. Und dann habe ich so überlegt, ach nee, eigentlich kann ja gar nicht so schwer sein, mache ich mal und macht wirklich Spaß. Man muss sich sehr, sehr konzentrieren, welche Hebel man in welche Richtung bewegen muss, damit irgendwas funktioniert. Also man ist dann manchmal überrascht, was eigentlich passiert. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass der so wackelt, der Bagger. Musik Es soll eine grüne Achse in der Mitte dieses Quartiers entstehen. Ein kleiner Spielplatz wird entstehen. Wir werden hier auch eine kleine Wasserfläche vor unserem Firmensitz hier errichten, sodass hier wirklich auch eine ruhige Atmosphäre hier außen. Direkt vor dem Quartier laufen ja sehr große Straßen entlang. Die Straßenbahntrassen fahren an fast allen Ecken dieses Quartiers entlang. Und man kann dann beobachten, dass im Inneren dieses Quartiers wirklich wie so eine kleine Oase entsteht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020